Herzlich willkommen zum Adventskalender-Tipp. Grüß dich. Barbara, ich sehe da einen Wecker auf dem Tisch. Ja, seid ihr manchmal auch antriebslos, energielos, habt ihr zu wenig Power? Ja, hast du das Tipp? Ja, 53-7-Regel. Heisst, 53 Minuten ganz fokussiert, ohne Ablenkung zu arbeiten, sieben Minuten Pause, schnell Fenster auf die U-Hampel, maligestütze, was immer ihr wollt. Und ihr werdet merken, die Energie, die ihr eurem Körper gebt, die speichert ihr und gebt nach so schön nach und nach wieder zurück. Ihr werdet ganz frisch in die nächste Stunde starten. Guter Tipp. In diesem Sinne, bleib gesund. Und bis zum nächsten Adventskalender-Tipp. In diesem Sinne, bleib gesund. In diesem Sinne, bleib gesund. Untertitelung des ZDF, 2020